Ich seh einen Einen hab ich Hier Finish doch nicht Hab ihn Ich hör es selbst hier, rechts von mir Yo, ich seh zwei Stück, glaub ich Ach, diese Waffe ist einfach leer Sauber Simon Wichtig Hallo und herzlich willkommen hier bei den Teenagers from Mars Ja, wie ihr gesehen habt Wir haben mal wieder eine Runde Rebirth Island gespielt Das ist ja die kleine Schwester von Warzone Die ein bisschen actionreicher ist Und ich muss sagen, eigentlich lief es ganz gut Und die Runden fingen eigentlich immer so an Ich will Action haben Krieg's aber nicht Zwei Teams Oh, sie sind Zwillinge Ich muss einfach gegen die Zwillinge aus der Hölle spielen Jetzt schlag ich dich zurück Ich schlag dich zurück Die dumme Kuh Hier Einen hab ich hier So Wir werden mit Sniper von der anderen Seite Hast du den? Nein, ich schütter mit dem Schild einfach Hab ein K.O. Der andere landet hier Oben drauf, glaub ich Bei dir Ja, hab ihn Doch dann passiert dir immer das Gleiche Er hat auch bestimmt einen Muni gehabt noch Oh, er lebt wieder Ich muss den holen Was? Der hat mich auch noch? Dann kamen aber zwei Runden Die sind auf jeden Fall sehenswert Lasst gerne ein Abo da Und einen Daumen nach oben Falls euch das Video gefallen hat Haut dir rein Oh, ich werd schon beschossen Ich brauch eine Plattenkiste Falls du Platten brauchst Oh, ich brauch noch ein bisschen Geld, Philipp Hä, ich hab doch alles gelegt Ja, du hast Platten dahin gelegt Hä, das hat voll ge... Okay Dann leg die Platten bitte Ich hab nix Ja, danke Ja, mach ich Oh, hier oben? Back Bitte Okay Da kommt noch einer Keine Chance mit meinen Waffen gerade Auch den Auch den Hügel runter oder was? Nee, der eine kam Den Hügel hoch Der ist da oben Wie hab ich das überlebt? Der ist hier Ich komm den nach Ich hab hier keine Chance Schnitte Oh Um auf dem Dach, glaub ich Und von hier Von links Da kommt einer Hier Nein, hier Ich muss runter gehen Nein, dahinter ist noch einer Oh nein, dahinter ist noch einer Kein Aiming Oh fuck Der kommt, der kommt, der kommt Hab ihn K.O. Da kommt einer Hat uns gesehen Pass auf, direkt über der Kante ist einer Ja Ja, wo ich sehen Hab ihn Ich hab einen Ich kann dir nicht helfen Wir haben nur 31 Schuss auf dem Mac-10 Der andere ist hier irgendwo Hab hier einen Also da ist einer Ich komm erst mal hoch zu dir Ich hab auch schon Shieldbreak Nein, der hat mich Mann, Scheiße Der kommt Die kommen beide zu mir Ich hab Luftschlag drauf gemacht Auf dich Hol dich, hol dich Ich hab einen Er wollte mich pushen Jetzt in dem linken Fenster Was? Wie hat er mich denn getroffen? Ich schlag doch hinter der Mauer Also der ist auf jeden Fall Noch einer in dem Fenster Der ist direkt vor mir Zwölf Meter Ich hab den auf dem Heartbeat Hä, wo ist der? Bist du ein scheiß Cheater oder was? Ich lieg dir eigentlich nicht recht safe Da ist noch einer, ne? Schaffst du, schaffst du, schaffst du Ja An den Treppenaufgang war noch einer Oh, von hinten Er hat zwei Stück Hab einen K.O. Voll daneben geaimt Hier hab ich einen K.O. Hinter der Baustelle Hinter der Baustelle Hab ein Team Ein Team Hinter der Baustelle ist einer Rechts Immer noch genau an der selben Stelle Ja, ist egal Wir müssen auch gleich Was denn, mir? Ja, weil du so weit weg bist Ne, ich dachte, der kommt vielleicht rechts Oh, hier oben ist noch einer Der ist da halt immer noch, ne? Ah! Leg dich doch hin Ey Ist es am Leggen? Was? Der ist da Der hat nicht mehr viel Oh, die Zone kommt Wir müssen Moven, ne? Ja Der ist auch schon weiter gemoved Ich geh unten lang und du? Hab ihn Da kommt noch einer Ah, nee Das bist du Der ist hier direkt Sehr schön In der Ecke Direkt vor uns Direkt vor uns Oh, Pellington Kein Verlass auf Pellington Oh Ich war so drauf Boah Der ist oben auf dem Dach, Alter Ich bin tot, ne? Boah, ich hab nur einen Kill Aua Mann Zweiter nur Ah Los, 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 los Wo haben wir denn? Los, los, los Secretaria Okay Ey, nimm die Waffe, du Arschloch Mein Gott Hab einen Hier sind zwei bei mir Einen hab ich Noch einen Hab den anderen auch noch Jetzt muss ich aber los hier Okay Heartbeat, 40 Meter vor mir Rausgesprungen Ist K.O Ich bin auch K.O Hab ihn Daubar Alles gut Achso Ich guck mich noch retten Ich kann mir tot Ich hab keinen gesehen Oh, hier oben Zwei Leute hier oben Einer hat Shieldbreak Und mich selber wieder Oh, wieso ist hier kein Fenstereingang? Ich will rein ins Haus Ja, die sind oben drauf Oben drauf Einer mit Pistole Einer mit Gewehr Jetzt hier die Gebäude kennen Oh, ich seh seinen Schatten Ist vorgekommen Kommt auf unser Gebäude Guck mal, du siehst einfach seinen Schatten Siehst du? Ist runtergesprungen Einer ist, glaub ich, unten, ja Hab ihn Hat sich wieder geholt Hab einen Deiner ist immer noch oben auf dem Dach Boah Mann Er schreckt mich doch nicht so, Alter Er ist hier Da ist er Oh, ich treff ihn nicht Aber full nicht Hab ihn K.O. Hier vorne sind welche Hol nochmal eine Dann nehm ich die Hab ich Shieldbreak Einer ist die Straße lang Schießt auf mich Yo, Alter Der trifft einfach Wie so ein Ja, du bist direkt dran Jetzt Vorsicht, der schießt richtig gut Hast du den? Ja Ist aber noch einer Oh, der andere ist auch Der andere ist da unten runter Richtung Ja, hab ihn Sind nur noch Ein anderes Team Okay, dann nehmen wir das grüne Gebäude hier Die sind da Ja, ich seh sie Ah Er snipe hat Okay, ich gehe runter Ich hab keine Sniper mehr Der eine ist nach rechts weg Hab ihm Hits gegeben Dem einen Der Sniper hat Der ist jetzt runter gesprungen Hab ihn K.O. Vorsicht, der eine ist hier irgendwo Beide da Einer wieder K.O. Es hat voll gelegt Es hat so gelegt Ich konnte ihn nicht Es hat so gelegt Auf einmal war ich hinter der Wand Der ist tot Ich hab ihn auf dem Heartbeat Direkt vor mir In dem Gebäude Ich bin oben auf dem Dach Welches Gebäude Das erste hier Orangenes Gebäude hier Ja, ich seh ihn Der ist oben auf dem Dach Ach, der ist safe drin Hab ihn Juhu Kauwa Easy Ich sah schon lang nicht mehr In diesem Hubschrauber